also leute ich habe echt lange darüber überlegt was nehmen wir was nehmen wir abfuck ich habe lange darüber wirklich nachgedacht und überlegt ob das sinn macht für mich für meinen kanal ich sitze noch nicht richtig so ist besser ich habe wirklich lange überlegt ob das sinn macht für meinen kanal ob das sinn macht für mich ob ich die zeit dafür investieren möchte ob ich lust darauf habe ein clan zu gründen nicht so ein schwachsinnsklan wie es ja von tausenden mittlerweile gibt die die ganzen tag nichts machen sich einfach nur zu sechs irgendwie genannt haben und dann was weiß ich was und deshalb habe ich jetzt wirklich lange 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 zeit überlegt und die letzten tage und wochen habe ich eine menge leute kennengelernt eine menge youtuber coole youtuber teilweise echt klein sind was für ein affe steht einer ecke und kämpft und ich habe eine dame ist echt böse ich habe eine menge youtuber kennengelernt die richtig cool content machen die die richtig spaß machen beim zugucken ich habe da richtig bock drauf und habe so an einige überlegt und ich werde jetzt nur ein oder zwei davon nennen ich werde jetzt dieses strobe light ist so schlimm ich werde nicht in einzelnen nennen du bist tot aber zum beispiel ratten karl oder sharky oder msdk dark dragon das jetzt drei beispiele von sechs sieben youtube die ich vor kurzem so kennengelernt habe vor ein zwei drei wochen die egal wo ist der ach da und die machen richtig spaß das heißt ich habe richtig bock mit denen zu zocken ich habe richtig bock mit denen gemeinsam projekte zu gestalten ich habe lust denen zu helfen denn das sind alles youtuber wenn ihr guckt dank dragon hat ich weiß gar nicht wie viele der nerv nicht handy sharky hat jetzt knapp 500 abonnenten ratten karl hat auch nicht so viel mehr und theoretisch gründet ihren clan und als gründer groß reichweite und alles zu bekommen aber da habe ich gar keinen bock drauf ich möchte kleineren youtuber helfen und ich werde ja jetzt irgendwann in der zukunft auch familienpapa das heißt da wird sich die zeit bei mir natürlich ein bisschen einschränken das stört mich aber soweit nicht wenn ich zum beispiel einen schönen clan habe mit dem ich gemeinsame ideen umsetzen kann mit denen ich oh mein gott mit denen die spaß haben kann mit denen ich erfolgreich sein kann und ich habe gesehen was für ein unglaubliches potenzial einige kleine youtuber haben von denen die meisten von euch überhaupt noch gar keine ahnung haben und deshalb werde ich diesen clan gründen und das ist auch definitiv und ich habe mich dazu entschieden ich habe noch ihr seid sowas von am ja er klaut ihn mir nahenlos und das ist absolut entschieden das ist absolut sicher und das wird jetzt auch in der nächsten zeit schon passieren bevor ich jetzt dazu kommen was ihr machen müsst was ihr können müsst damit ihr vielleicht joinen könnt ich suche ganz genau zehn leute ich möchte nämlich elf leute im klaren haben das bin ich plus zehn weitere oder andersrum zehn weitere und ich ja hier ist scharfschützen festival und was ich möchte ich möchte fünf normale leute haben die keinen youtube kanal haben die keinen content creator sind die einfach nur zocken im besten fall gut zocken ich werde jetzt nicht sagen dass es ein mindestalter gibt weil ich schon 15 jährige gesehen habe mit denen konnte ich besser umgehen als mit 30 jährigen ihr müsst auf jeden fall ein angenehmes wesen haben ihr müsst natürlich ein fable für cod haben vor allem für das neue cod skrupellos das gefällt mir das ist eines der wichtigsten sachen auf jeden fall hier ist das absolute chaos auf der runde und die anderen fünf das sind dann die fünf plus ein sind bin ich sind sechs und die anderen fünf möchte ich sind oder sollen content creator sein leute die weniger abos als ich haben ich möchte niemanden der anfrag der mehr abos hat als ich weil dem werde ich vielleicht nicht unbedingt helfen können abgesehen davon dass meine kommen und das geht jetzt an euch alle ihr seid absolut heftig also ich kenne niemanden der in jedem video bei einem schnitt von zehn oder elf tausend abonnenten einfach mal die hälfte bis 100 prozent seine abonnentenzahlen aufrufen hat ihr seid wirklich krass und vielen dank dafür ich möchte kleineren youtuber helfen ich möchte diesem klaren projekte umsetzen video ideen ich habe selber schon ganz viele ich möchte ein der mir dabei unter die arme greift ich möchte dass einer von uns sich ein bisschen um die thumbnails kümmert im prinzip ein kleines du bist sowas von am arsch im prinzip so ein kleiner carnage clan mit ganz anderen namen natürlich und anderen ideen aber auch witzigen challenges und leuten mit dem man sich abends am wochenende einfach mal der feed zusammensetzen kann und richtig spaß haben kann ich mag den ajax langsam aber diese pistole ist echt scheiße das heißt wenn ihr interesse habt wenn ihren content creator seid wenn ihr nur ganz normaler gamer seid schreibt unten in die kommentare warum ihr bei mir in den clan joinen wollt es wird nicht sowas geben wie ihr müsst jeden tag online sein dafür sind wir alle zu alt dafür haben wir alle viel zu viel privat leben dieses handy macht mich wahnsinnig wird in meinem nächsten leben kein handy haben schwöre ich euch brutal das gefällt mir aber was ich auf jeden fall von euch will ist dass ihr rein schreibt mir einen guten grund gibt warum gerade ihr das wollt dazu möchte ich dass ihr mir bitte euer alter dazu schreibt denn ich möchte eine alter struktur die angemessen passt das heißt nicht zehn leute die elf jahre alt sind und auch nicht zehn leute die älter sind als ich denn dann werden wir wahrscheinlich in zwei jahren einfach alle sterben mit mitte 30 denn so sieht das hier aktuell aus was für ein karpfen ich hab's verkackt oder ich habe nur jetzt da ist die nuke ich verstehe ich habe gar keine ahnung wie wir stehen 59 1 leute yes geil ich möchte von euch dass ihr in die kommentare schreibt warum gerade ihr den clan joinen wollt und ihr könnt auch sehr sehr gerne wenn ihr bock darauf habt schon eure namens vorschläge mit unten reinschreiben wie soll der clan heißen ich werde mir eine woche zeit lassen und jetzt kommt das kleine gimmick das turnier was ja leider nicht bis zum ende gespielt wurde weil ganz viele leute versucht haben zu betrügen mit dem blackout controller ich werde unter allen leuten die unten in den kommentaren schreiben warum gerade sie gerade sie bei mir in den clan mit rein wollen um gemeinsame projekte zu gestalten unter allen kommentaren werde ich diesen blackout controller verlosen das ist mit nick von für gamer von gamer abgesprochen wenn ihr wissen wollt wie der ausseht und vielleicht noch nicht gesehen habt geht mal bei ihm auf instagram oder facebook auf seine seite unten ist natürlich der allererste link für nick es ist ein absolut cooler typ ich habe ihn heute das erste mal persönlich kennengelernt ich muss sagen braun gebrannt sieht gut aus hübscher typ macht richtig gute arbeit ich bin sehr zufrieden mit sieben in partnerschaft seit jahren zu haben deshalb leute schreibt unten in die kommentare warum ihr in den clan wollt wir machen das das ganze geht genau sieben tage das heißt heute in einer woche am dienstag werde ich die ersten fünf auflösen danach gibt es noch eine zweite runde sozusagen schreibt unten rein guckt mal bei nick vorbei wenn ihr den controller gewinnen wollt auf jeden fall unten kommentieren ich bin raus habt viel spaß ihr in die schreibt unten ich habe das schon mal ganz gut die schreibt unten die schreibt unten dass der andere ich habe das schon mal wie ich